Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Inflationsschock aus den USA, DAX leicht im Plus. Marktbericht, finanzielle Schwierigkeiten aus Amerika. Der globale Finanzmarkt hat eine überraschende Wendung genommen, als die USA aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten in Schieflage geraten sind. Diese erheblichen finanziellen Schwierigkeiten haben Auswirkungen auf die weltweiten Märkte und lösen Befürchtungen in Bezug auf die Zukunft der globalen Wirtschaft aus. Vor wenigen Tagen berichtete die Financial Times, FT, dass ein erheblicher Einbruch in den US-Aktienmärkten große Schockwellen durch die globalen Finanzmärkte gesendet hat. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung unterstreicht die Vorsicht der Marktexperten angesichts der beunruhigenden Situation und weist auf die Möglichkeit eines weltweiten Einbruchs hin. Der momentane Zustand der US-Wirtschaft ist das Ergebnis mehrerer komplexer Faktoren. Der Influencer der Economist spricht von einer Kombination aus der Verschärfung der Handelspolitiken und einer enttäuschenden vierterjährlichen Performance der Big-Tech-Unternehmen-Dreh. Das hat das Vertrauen der Anleger stark untergraben und die Ängste geschürt, dass ein möglicher Wirtschaftsabschwung bevorstehen könnte. In Reaktion darauf haben viele Investoren damit begonnen, ihre Portfolios neu zu bewerten und Positionen in defensiven Anlagen zu halten, laut Berichten der Bloomberg-Agentur 4. Die aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der USA erinnern an das Szenario von 2008 und werfen die Frage auf, ob die Welt vor einer Rezession steht. Die weltweiten Finanzmärkte und Anleger sind zu Recht besorgt und beobachten die Entwicklungen genau. Vor diesem Hintergrund ist es wichtiger denn je, dass Marktteilnehmer sorgfältig beurteilen, welche Auswirkungen diese Ereignisse auf ihre Investments haben könnten. Wie die Zeit anführt, liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich bezüglich seiner Investitionen gut zu informieren und bewusst zu handeln. Quellen Financial Times U.S. Stock Market Plunge sends shockwaves around the world. Frankfurter Allgemeine Zeitung Weltweiter Börsencrash wegen US Wirtschaft The Economist Trade Policies And Disappointing Quarterly Performances Shake Tech Industries Bloomberg Agency Investors Turn to Defensive Assets Amid US Economy Instability Die Zeit Jeder Einzelne ist verantwortlich für seine Investments Anita Farke, Mittwoch, 10. April 2024 Danke fürs Zuhören Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Deinen Deinen Untertitelung des ZDF, 2020